Der ist schon schön raufen. Es sind gelten bislang einfach Messagen zu fahren, aber nicht so schön wie da. Da ist es richtig schön hier rum. Ich kenne den Bahnhof sogar, weil ich war da mit meiner Schule schon mal rum. Ja, mit dem Zug? Ja, mit dem schon. Da war ich auch da unten in dem Gebäude. Da sind mir auch mit dem Zug aufgefallen. Der Zug? Ja. Jeder war ein Ansteller am Stiegenführer. Ich weiß gar nicht mehr was für einen. Es gibt ja so Leute, die zum Beispiel verfahren haben, vielleicht bist du auf den Fuß gehen und dann schlafen und so. Ja. Aber wir werden das ein bisschen zweifeln, verfahren, vielleicht bist du auf den Fuß gehen. Ja. 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 Aber den ist auch schon sehr toll. Moment. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja. Das ist so weit, noch gut aussieht. Da ist sie heute. Oh! Schönen guten Schaden. Wenn die Küche sind, ich wollte nicht sagen. Ja, wie die Küche wäre geschehen? Oh! Nein, fünf! Nein, fünf, nein! Irgendeine Geschehen. Papa, sind wir drüben, wo ich nicht machen kann? Nein, da sind wir noch nicht. Wenn du meinen Gehirn möchtest? Wir müssen sie schon mal schauen. Da bin ich. Done. Es ist das Müllscherbiste? Ja. Nein. Das ist ein Montaking. Der ist wieder immer wieder aufbeh lady. Das ist ein Wälder. Ja. Das ist ein Wälder. Die Brüder ist in der Nähe der Köln. Ich muss nachher noch schauen, was ich da mache. Ich muss nachher zwei Stunden auf dem Zug warten. Der Fahrer ist dann noch endlich auf einem Meter Bahn. Ich habe 13.59 Uhr an der Fuß, aber das geht sich dann mit dem Zug auch wieder nicht aus. Das heißt, ich muss eigentlich bis zum Glück nachher durchfahren. Aber hoffentlich fahren wir gleich am 13.11 Uhr, weil am 15.38 Uhr fährt der Dings, da regional zu kommen, dass der Jet Express vor das zu besucht hat, weil der hat immer irgendwelche Verspätungen. Das Foto, wie gut, da will ich mich nicht schauen. Das schaut aus, wie sie sagen, wie so eine Hütte auf einem Bordenzwerf. Also wenn ich auf der Straße bin, sehe ich nicht schauen, da schaut er so aus, so, aber da schaut er dann so aus wie so ein Dreieck. Aber dass man dort um den Schuh fahren kann, sieht man nix von der Weide. Jetzt schauen wir're hier steistern und ich kann hier steigen. Na geh, hier steigen wir doch mal hier steigen. Und ich würde euch keine Ruhige nehmen, dass der Schuh auskommt. Jetzt gehen wir's hoch. Und schau an. Und jetzt steigen wir's hoch. Und jetzt steigen wir's hoch. Und dann steigen wir's hoch. Gibt es eine Steckdose? Ja, das ist für das Handy, oder? Ja, genau. Da gibt es eine Steckdose. Jetzt kommt die Wasser nach die Kamera. Ja, also kommt die, oder? Ein Beispiel, oder? Ja, also kommt der Leute auf무�agert. Na, 2, 3. Die ist ja auch bei einer Schrauben. Das ist ja bei dem hier. Ja, bevor man noch an das, wenn man sich eine Schrauben befindet. Die ist ja bei einer Schrauben. Die hat man auch bei einer Schrauben, die sind wir. Die sind die Schrauben so anbeanden. Oh, das ist ja.